Hinter diesem Felsengebirge liegt das Reich der Schweine. Es ist allerdings nur über den Todespass zu erreichen, der über das Bergmassiv führt. Auf diesem Weg sichern die Schweine auch den Nachschub für ihre ins Rübenland eingefallenen Truppen. Wenn wir es schaffen, den Pass zu kontrollieren, schneiden wir die Invasoren quasi von ihrer Lebensader ab. Da der Todespass sehr gut bewacht wird, dürfte diese Operation mit erheblichen Verlusten verbunden sein, wenn wir nicht zu einer List greifen. Es ist unseren Einheiten gelungen, einen unbeschädigten Panzer der Schweine zu erobern, was unsere Führung auf eine glänzende Idee gebracht hat. Wir müssen diesen Pass unbedingt überwinden. Ich bin schon auf dem Weg. Ein wenig Bewegung schadet bestimmt nicht. So, Jungs. Alles verstaubt. Ich bin hier. Halte nun direkt auf das Ziel zu. Jetzt fühle mal. Ich bin hier. Untertitelung des ZDF für funk, 2017